Und da beginnen wir, nein, wir führen eine Reise fort, eine Textreise. Hallo Falk. Hallo Simon. Falk ist der andere Reisende hier beim Textlässig-Podcast, in dem wir Textlässig spielen. Und wir haben angefangen, Normengard zu spielen und sind verzweifelt. Endet. Verendet, sehr gut. Genau, wir haben in der letzten Folge verloren, nachdem wir in dem Heckenlabyrinth versucht haben, Bären zu essen. Das war aber nicht so gut. Stimmt, aber eigentlich war doch das Fleisch, naja. Ja, also unser Versuch war, die Bären wieder rauszukitzeln aus unserer Bäuchlein, indem wir verrottet Tiere angucken und dann uns übergeben müssen. Aber das hat nicht funktioniert. Mal gucken. Steckfinger in den Hals. Mal gucken, ob das geht. Okay, nee, kennt ihr nicht. Genau, wir haben wieder neu geladen und sind jetzt noch bärenlos, sozusagen. Die Ladefunktion hat uns einen Bärendienst erwiesen, indem sie uns wieder vor unserem Tod respawnen lassen hat. Und was haben wir in unseren Teichlein, Falk? Im Teich? Nee, im Teichlein. In unseren... Ach, Teichlein. Wir haben, lass mich nachschauen. In unserem Höchstchen. Inventar. Inventar. Ne, Inventar. Ein Buch, ein Strauß und eine Handvoll Bären. Ja, so. Welche ungenießbar sind. Und wir haben ein Rätsel. Die Sphinx, die sagt ja, wir haben, es gibt irgendwie einen Schrein oder so, ohne Deckel und Schlüssel und alles. Und das ist irgendwie so ein Rätselding. Ja, und wir scheitern daran herauszufinden, was wohl dieser Schrein sein soll, ne? Ja, genau. Wobei, es könnte tatsächlich, ähm, diese, äh, warte mal, wie hieß das? Äh, Steinbogen, der Steinbogen sein. Könnte. Ja. Hat keine Scharniere. Hat keinen expliziten Schlüssel. Genau. Also, du hattest, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge war oder danach, äh, angemerkt, vielleicht, denn der zweite Schlüssel am Steinbogen ist sternenförmig. Da hattest du ja gesagt, vielleicht muss da ein Stern rein, so ein Notstern oder sowas. Also, vielleicht ist das ja so fantisemäßig, dass man in den Himmel guckt und dann einfach einen Stern nimmt. Kann man ja machen. Oder irgendwie anders drankommt. Oder, ähm, irgendwas, also ich meine, der Teich mit dem Salz, ich meine, Salzkristalle sehen ein bisschen sternförmig aus. Keine Ahnung. Also, ich find's komisch, wir haben ja versucht, die Bären in den Teich zu legen, ähm, da hat, ähm, ist nichts passiert und ich find's einfach komisch, dass dieser Teich so prägnant da ist, er ist perfekt rund, äh, und, und da soll nichts zu machen sein, das ist doch merkwürdig. Wir werden aber auch nicht nass, wenn man reingeht. Äh, warte mal kurz, Zah, ich hab mal den Strauß untersucht, und da schreibt das Spiel, es ist ein schöner Strauß, bestehend aus einigen Zante-de-schien. Mhm. Weiß nicht, was es sein soll, ich hab ja nie mal mit dem Ding gehört. Zante-de-schien. Ich würde vorschlagen, wir legen die Blumen an das Salzwasser, weil das Wasser ist ja offensichtlich in irgendeiner Form magisch, wir werden ja nicht nass, wenn wir da reingehen. Ist das ein Schreibfehler? Falk, ist es doch jetzt egal, was für eine... Ja, vielleicht sind das, es gibt doch hier so sternförmige Pflanzen, man weiß es doch nicht. So, ja, dann Wikipedia das doch mal. Bin ich schon lange unterwegs. So, ich lege jetzt mal die Blumen, während du das machst. Leg Strauß... So, das Wasser ist weder Behälter, ach ja, genau, ähm, in Teich muss man natürlich machen. Okay. So, Blumen, hat mich reingelegt. Nee, geht nicht, untersuche Strauß, mal sehen, ob der jetzt... Ah, nee. Nee, bringt uns nicht wirklich weiter. Okay, dann nehmen wir den Strauß wieder an. Was haben wir noch? Buch, okay, pass auf, leg Buch in Teich, weil wir dabei waren. Passiert aber auch nichts. Okay. Nimm Buch, nehmen wir wieder. Okay, das hat ja super viel gebracht. Schau, ich schau mal nach oben. Schau nach oben. Nee, ich schau in den Himmel war das, ne? Mhm. Schau in den Himmel. Vielleicht ist da jetzt irgendwie ein Stern, ein Sternschnuppe oder so, die runterfällt. Man weiß es nicht. So. Ähm, der kleine Wagen fällt dir sofort ins Auge. Auch heute ist es ein sehr schöner Tag zum Indisch-Sternschnuppe und da keine Wolke an den Himmel ziert. Ja. Dennoch solltest du dich darauf konzentrieren, Nomen gar zu entfliegen. Ja, ha. Das ist aber schon ein wenig langweilig. Das höre ich mir nicht weiter an. Die Hecken habe ich jetzt mal untersucht. Die bringen auch nichts. Ich gehe nochmal zu dem Sockel hin. Weißt du, was ich mache? Ich gebe mal kurz Hilfe ein. Das Spiel antwortet mir. Die Lösung ist Ei. Du springst etwas motivationslos auf der Stelle. Ja, man muss ja nur vielleicht die Blume so über den See halten und dann ist da ein Spiegelbild und dann explodiert der See, weil schön und schön und dann ist da einfach nur noch eine Kuhle und in der Kuhle ist dann ein Tempel und dann gehen wir da rein und alles ist gut. Er war schon ziemlich weit hergeholt. Haben wir die Bären schon an die Sphinx gegeben, dass die kotzt? Ich gucke schon mal sicher, als ob wir eine Komplettlösung haben. Oh. Wenn man sagt, trink Wasser, dann sagt er nicht, dass du dich noch übergeben musst. Das heißt, wir essen jetzt die Bären. Jo. Boom. Und jetzt mal kurz warten. Ja, Moment, Moment, Moment. Zack. Norden. Du hast mich mal Kompost. Scheiße. So, und jetzt? Trink Wasser. Also ich habe jetzt, war am See. Ja, du bist am Kompost? Nee, da musst du noch mal nach Süden. Nee, nee, ich bin, warte mal. Ist Bären. Und jetzt dreimal warten, weil dann krummelt der Magen und dann kommt Schweiß. Warte, ja. Aber wie steht da jetzt, ne? Genau. Also vielleicht bringt es dir, bringt es ja, sich wieder aus deinem Körper zu holen. Okay, jetzt trink Wasser, oder was? Genau, und jetzt trink Wasser. Boom. Mal gucken. Eifrig schöpfst du, erschöpfst du mit den Händen Wasser zu deinem Mund. Mhm. Äh, wie zu erwarten war, schmeckt es scheußlich, aber angesichts der momentanen Umstände willst du dich darüber mal nicht so laut beklagen. Nach kurzem Warten kommt auch schon der Brechreiz und du gibst ihm nach. Du fühlst dich erschöpft, aber auch wieder gesünder. Scheint, als ob die Bären den Weg rausgefunden haben. Okay, schau dich um. Hm. Jetzt sind die Bären einfach weg. Ja. Kann ich jetzt Wasser nochmal trinken? Trink Wasser. Wahrscheinlich nicht. Dazu besteht absolut kein Grund. Hm. Hm. Okay, cool. Haben wir so einen Sidequest gemacht, das uns nichts brachte. Wunderschön, ja. Und das hat den See jetzt auch nicht irgendwie verunreinigt, den Teich. Das ist einfach nur so gewesen. Man wird nicht nass. Das muss doch ein Hinweis sein. Auf irgendwas. Ich habe mal ein Nimm Wasser gemacht. Ja. Da sagt er folgendes. Wasser nehmen ohne Behälter. Denk lieber noch einmal über dein Vorhaben nach. Wenn du einen triftigen Grund gefunden hast, kannst du ihm immer noch etwas Wasser in deinen Händen transportieren. Okay. Nimm Wasser mit Händen. Obwohl, das würde er wahrscheinlich einfach machen. Ja. Irgendwas mit dem Moos machen und dem Salzwasser. Ja, also es gibt ja noch die Algen, ne. Stimmt. Ja, ich habe mir da die Algen untersucht. Da steht Physophyta ist Lateinisch für Alge. Schön. Aber das bringt uns ja auch nicht. Nimm Algen. Algen kannst du nicht mitnehmen, ne. Also ich habe mal Tauch eingeben. Geh in Teich. Also ich bin Wasser. So. Und jetzt unter Wasser. Südwesten. Hier unten gibt es nicht viel zu sehen. Lediglich ein paar Algen. Aber Richtung Nordosten kannst du weiterschwimmen. Oha. Nordosten. Unterwasser. Nordosten. Auch hier dominieren die Algen das Erscheinungsbild. Über dir kannst du wieder Licht sehen. Okay. Tauch auf. Oder wie sagt man? Oder hoch? Ja. Ne, warte mal. Es geht. Ach so. Ja, stimmt. Über uns. Ja, genau. Okay. Luft schnappen tauchst du wieder auf. Normengard. Nördlicher Teich. Das einzig Erwähnenswerte ist mal wieder ein perfekt runter Teich. Weiter geht es gen Süden. Okay, Süden. Ah ne, wahrscheinlich mal. Ja, okay. Also, äh, erst raus. Uh, Teich. Hat der was anderes? Ne, ist perfekt rund. Blaues Wasser, Salzgehalt. Alles klar. Süden. Mhm. Es ist wieder einmal eine Sackgasse, welche nix als Aussicht auf Hecken zu bieten hat. Du siehst hier einen Sternfilm. Ah. Ei, 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 ei. Nimm Objekt. Das ist jetzt aber eine Geburt, du. Boom. Boah, jetzt müssen wir diesen umständlichen Weg zurückgehen. Okay. Okay. Okay, also Norden. Zack. Steig. Ja, genau. Geh in den Teich. Teich. Tauchen. Tauchen. So, jetzt nach Südwesten. Zack. Tauchen auf. Raus. Genau. Dann Osten. So, dann zack, zack, zack. Norden, Norden. Norden. Zwingst du sie nach Westen und jetzt? Norden Westen. Leg Objekt in link, was war das, linke Vertiefung. Mhm. So, jetzt aber. Das Sternfilm-Objekt in die linke Vertiefung. Du legst das Sternfilm-Objekt in die linke Vertiefung. Okay, doppelt. Als du das Objekt loslässt, fängt der Boden an, blau zu leuchten. Kurzzeitig bist du so geblendet, dass du die Augen schließt. Mhm. Als du sie wieder öffnest, wabern nun blau-silbrige Schwaden im Bogen herum. Na dann? Äh, oben her. Also besser als blau-silbrige Schwaben. Was? Ah, lustig. So, jetzt hier, geh durch Bogen. Boom. Geh durch Bogen. Aha. Du hast gewonnen. Was? Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Du steigst in das blau-silbrige Schwader. Mhm. Schwader gleich, okay. Nomengard, südliches Portal. Wie schon beim Tauchen im Teich hast du durch den Ortswechsel komplett die Orientierung verloren. Hinter dir siehst du noch einen Bogen mit denselben seltsamen Schwaden. Anscheinend handelt es sich bei diesen Teilen um Portale. Netterweise geht es nur im Osten weiter. Na dann? Zack. Von wegen Orientierung verloren. Au. Nomengard, Drache. Du bist deinem Ziel nun ganz nah. Nur ein Drache hindert dich daran, aus Nomengard zu entkommen. Im Westen kannst du zurück zum Portal kommen und im Osten siehst du den Ausgang, welcher allerdings vom Drachen versperrt wird. Ah, okay. Also ich speichere. Ich würde sagen, wir gehen in die Bären. Also wir müssen die nochmal pflücken, aber... Aber die, wollte ich sagen, haben wir die nicht gegessen? Ja, müssen wir halt nochmal ihm die hinwerfen. Oder die, äh... Ne, die Blumen brauchen wir für Ludmilder. Ähm. Wir können ja erst mal mit dem Drachen sprechen. Ja, komm. Sprich mit dem Drachen, vielleicht der Bock auf Spinks oder so. Ja. Vielleicht ist der wie der Drachen aus der Gummibärenbande, weißt du? Was? Ja, alles egal, kann mal gucken. Äh, der Drache reagiert nicht. Was ein Arsch. Er sieht uns vielleicht nicht, vielleicht ist der so groß, weißt du? Mal sehen, durch seinen... Also ich hab mal untersucht, ne? Ein brutal aussehender Drachen. Durch seinen dichten Schuppenpanzer geht bestimmt nix durch. Er schaut dich grimmig an. Pass auf, ich hab gespeichert, ich geh jetzt einfach mal nach Osten. Bam. Der Drache versperrt dir wirkungsvoll den Weg. Okay, schieb Drachen. Schieb Drachen. Zack. Das wäre sehr unhöflich. Das stimmt. Äh, okay. Töte Drachen eben. Töte Drachen. Gewalt ist keine Lösung. Äh, okay. Okay. Geh unter Drachen. Okay, das geht dann nicht. Okay, komm, wir geben ihm die Bären oder so. Was haben wir noch? Wir haben keine Bären mehr. Dann müssen wir die holen, Mann. Boah. Also, nochmal zurück. Also Westen. Jetzt durch Bogen. Geh durch Bogen. Zack. Und jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir bei dem anderen Portal. Äh, gehen einmal nach, ähm, Osten, bei der Sphinx. Jetzt zweimal Süden. Dann einmal nach Westen und einmal nach Norden. Zack, sind wir beim Kompost. Nimm Bären. Ach, tatsächlich, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir die nochmal nehmen können. So. Ansonsten können wir ihm auch ein schönes Stück altes Tier hinlegen. Aber das will der ja nicht, ne? Nimm Tier. Ne, macht er nicht. Gut. Also. Geh durch Bogen. Ach so, du bist schon wieder zurückgelaufen. Na, freilich meiner. Äh, ich speichle gleich nochmal, dass ich das nicht nochmal machen muss. Mit den Bären. Okay, also gib Bären. Gib Bären. Bab. Ja. Er scheint nicht besonders interessiert zu sein. Leg Bären auf Boden. Vielleicht mag der dir einfach auf den Boden. Boden gibt es nicht. Leg Bären ab. In Ordnung. So, die liegen jetzt hier, ne? Ohne mal sehen. Schau dich um. Äh, genau. Sie ist da eine Hand vor Bären. So, pass auf. Und jetzt gehen wir nämlich, ähm, zurück. Mhm. Ja, damit der Bär alleine ist. Äh, der Bär, äh, der Drachen. So. Ähm, bin jetzt mal wieder zum Portal gegangen. Und jetzt gehen wir wieder hin. Und da hat er die bestimmt gegessen. Und dem ist es ganz schlecht. Ähm. Ja, nee, schade. Nee. Vielleicht, ähm, will er ein Buch haben. Das hätten wir ja auch. Jetzt haben wir immer noch das Einzige, mit dem wir nicht wirklich interagiert haben, ist der Hochsitz. Stimmt. Haben wir noch was anderes? Nee. Ähm. Naja, nee, nur ein paar Sackgassen, nee. Ähm. Das heißt, ähm, genau, der Hochsitz. Aber ich meine, was sollen wir da machen? Wir gehen zur Sphinx und quatschen mit der. Vielleicht ist das ein anderes Rätsel. Über, über den Drachen? Ja, genau. Vielleicht, ähm, sagt die Sphinx, ja, du, pass auf, das ist ein alter Buddy. Ähm, der mag kein Wasser. Und dann sowas. Hm. Also ich sag mal, ich nehme mal an, dass der Lorenz das so gebaut hätte, dass wenn man durchs Portal geht und jetzt nicht nochmal eine Lösung benötigt wird vom Rest des Spiels, dann hätte er vielleicht sowas gemacht wie, oh, das Portal schließt sich hinter dir, damit du weißt, okay, du musst es nicht nochmal zurück. Aber es wurde explizit auch nochmal gesagt, im Westen kannst du zurück zum Portal kommen und so weiter. Da wäre jetzt die Frage, ob das halt bedeutet, nee, nee, es ist schon so gedacht, dass man nochmal was holt. Von, äh, irgendwo. Wir können aber nur Wasser holen. Wir können theoretisch was holen. Ich hab's eben schon mal versucht, aber das funktioniert nicht, also. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwas Explizites finden, das Wasser benötigt. Genau, oder. Und der Drachen ist es nicht. Oder was Wasser beinhalten kann. Mhm. Ja, bring du dich mal um, Simon, ich guck mal aus der Entfernung. Boah, keine Ahnung. Hat uns der Lorenz ein ganz schönes Ei gelegt. Wie, äh. Pass auf, Hilfe. Wo stand das Ei, die Lösung? Ja, die Lösung ist Ei, ja. Cool. Ähm, hier, ich hab ne Idee. Ich guck mal auf seinen Twitter-Kanal. Ob da nicht zufällig schon jemand mal sowas gefragt hat. So, mal sehen. Nee, sieht nicht so aus. Hm. Oder, wir gucken mal auf, ähm, auf der Webseite. Aber, also auf Ifis, aber da gibt's auch nichts. Ach, guck mal. Hm. Auf der Webseite steht, dass das ein Heckenlabyrinth aus dem Harry-Potter-Universum ist. Okay. Pass auf, und jetzt geb ich jetzt mal Folgendes ein. Harry-Potter-Drache. So, ich geh jetzt an den Drachen. Und dann vielleicht sowas wie Trick oder so, weißt du? Vielleicht, ähm. Haben wir doch uns jetzt geoutet, dass wir das nicht erkannt haben. Hm. Äh, äh, ah, das ist interessant. Kommen nicht am Drachen vorbei, Episode, Doppelpunkt, Lego-Harry-Potter-Spiele-Tipps. Lol. Da gibt's anscheinend irgendwie ein Lego-Spiel von Harry-Potter, wo auch ein Drachen ist. Hm. Hm. Okay, in dem Fall geht's um einen Drachen, der, äh, irgendwas mit dem Käfig und irgendwas mit dem Schwanz. Apropos Schwanz, wir können ja mal gucken, kann man den Schwanz mit dem Drachen vielleicht sehen? Nee. Vielleicht hätten wir den drauf treten können oder so. Wahrscheinlich ist ein Normengard schon wirklich irgendwas aus dem Universum. Und wir sind so doof und machen uns drüber lustig, dass es nicht so geschrieben wird, wie es klingt. Hm. Ja, gut, ich hab auch keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir, ähm, fragen Lorenz auf E-Mail. Und wenn wir dann die Lösung finden und das ist dann wirklich nur noch ein Einzeiter, dann, keine Ahnung, sprichst du das nochmal ein, irgendwie schneidest es hinten dran und dann zack, bumm, ist es durch. Ja. Oder so. Ich hab, ich hab nicht den geringsten Plan. Ich hab die Filme nicht geguckt, ich hab die Bücher nicht gelesen, äh, ich kenn Normengard nicht, ich kenn die Sphinx nicht, zumindest nicht die, weiß ich nicht. Den Drachen kenn ich auch nicht. Zaubern kann ich auch nicht. Keine Ahnung. Hm. Aber Herr der Ringe hab ich geguckt. Bringt uns natürlich hier nicht weiter, aber... Schön. Ne? Okay, aber ich hab... Nur eine Idee hab ich, pass auf. Wo du die immer herholst, Wahnsinn. Vielleicht kann da jetzt ja so ein Tier vom Kompost holen. Hm. Weil Fleisch. So, pass auf. Ähm, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah, ja, südliches Portal, genau. Zack. Ich geh jetzt mal zum Kompost. Ich drück dir die Daumen, ich glaube auch nicht, dass sowas bringt. Wie geht es denn hier jetzt? Ah, nee. Du musst vom Portal nach Osten zu Sphinx und dann zweimal nach Süden und dann nach Westen und Norden. Wer hat denn die Karte vor sich? Ja, ha. So. Also. Also. Zack. So, Kompost. Nimm Tier. Auf keinen Fall. Du suche Tier. Eigentlich noch Fleisch. Ähm, genau. Nimm Fleisch, nehm ich mal. Ich will das jetzt dem Drachen geben. Aber das geht nicht. Nimm... Und von diesem Punkt aus kann man nicht noch irgendwo anders hingehen, oder? Schau dich um. Süden führt dich zurück, ja. Bioabfälle, nimm Abfälle, weißt du, da kann man den... Den Müll musst du echt nicht wieder rumschleppen. Ich hätte erstens gesagt, so, hey, zack, haben wir dem Drachen einen schönen Snacken und dann... Gut, okay, ich würde sagen... Oh, ich schlafe gleich ein. Und außerdem wollte ich noch sagen, dass... Hoffentlich war es nicht so langweilig. Vielleicht kannst du das ja beim Schneiden irgendwie ein bisschen zusammenschnuffeln oder sowas. Keine Ahnung. Ja, wir machen einfach eine Gute-Nacht-Folge draus. Ja, oder irgend sowas. Ist ja nicht die erste langweilige Folge, in der nichts passiert. Mann, ey. Ja, gut, also, ähm... Immerhin... Äh, ja, gut, keine Ahnung. So, wir schreiben jetzt mal eine E-Mail und dann hoffentlich gibt's die Lösung dann bald. Okay. Ciao, ciao, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.